So, was haben wir denn hier Schönes? Ich meine, ich kann hier doch irgendwas zerlegen, ne? Gucken, ob das was bringt. Ich muss irgendwie nur gucken, dass ich das Gewicht wieder geringer kriege. Und ich meine, die Sachen, wenn ich die zerlege, sind nicht mehr so schwer, richtig? Also mal davon ab, dass ich gerade eh die leichten Sachen irgendwie alle kaputt mache. Ich glaube, das Schlimmste sind wirklich die ganzen Waffen. Okay, Schrotflinte, haben wir nichts Besseres. Keine bessere Schrotflinte, das heißt, ich kann die erstmal kaputt machen. Sturmgewehr, Sturmgewehr, Schrotflinte. Schrotflinte. Schrot. Äh, Schrot. Okay, dann haben wir hier das Scharfschützengewehr. Haben wir da noch ein Besseres? Nein. Mh. Da ist ein Präzisions... Ja, Präzisionsgewehr ist ja wieder was anderes, ne? Oh. Schwierig. So, und die Handfeuerwaffe, haben wir da eine Bessere jetzt? Nein. Das heißt, die Handfeuerwaffe... Weg. Weg. Erstmal alles kaputt machen. Dann haben wir hier oben ein Sturmgewehr. Das heißt, die anderen Sturmgewehre können wir auch eben mal kaputt machen. Das war eine Maschinenpistole. Ups. Naja, kommt wieder eine bessere. So, den Revolver behalte ich nochmal. Okay. Gut. Jetzt kann ich auch wieder schnell laufen. Das ist sehr gut. Ach ja, du bist die Kamera. So, wo ist denn, wie ist es? Okay, bin drin. Ich binde den größten Restparten. Die Steuerung ist hier. Ja, ich hab ihn nur in dem Boot geschossen. Alles klar. Wie läuft es bei dir? Gut. Ich gehe zum Kontrollraum. Sorge für ein wildes Durcheinander. Also gut. Ich bin soweit. Ich glaube, Durcheinander haben wir hier schon gemessen. Wenn das Helden hin, infiziere ich das System. Oh, unsere Nachbarn grillen. Ich bin soweit. Was ist denn hier los? Was, wieso kann ich denn da nicht langen? Sie sind gezappt! Straßen. Da muss ich doch viel an. So, gehen wir nicht auf die Kaffee. Nee. Nee, nichts hier. Fancy Kaffee-Maschine. тотhuhu-Maschine. Na los, zeig dich. Komm. Eine Ewigkeit später. So, den haben wir. Okay, warte. Okay, warte. Ja, blöd. Der ist auch unten. Ah, das ist mit dem Brennen, ne? Das ist so ein bisschen nervig. Nein, daneben geschossen. Wir haben schwere Verluste. Das könnte es gewesen sein. Ja, dann nicht. Also das mit dem Looten ist immer noch nicht so geil, ne? Komm schon raus, ich tu dir nichts! Ich stehe aber vielleicht. Blöd. Ja, dann. Stopp einfach nicht! Ich glaube, der ist da eh irgendwie hinter der Tür, ne? direkt. Ja. In den Popogl-Schoss? Nee, genau das richtige Alter, finde ich. Genau das richtige Alter. Guck mal, an meinem Abzug. Kannst du sie sehen? Ich habe genau das gemacht, was er wollte. Ich glaube, man hätte es auch leise machen können, richtig? Software installieren. Okay, der Festwagen tanzt jetzt nach unserer Pfeife. Könntest du damit nach Tokio fliegen? Ah, vielleicht tue ich das. Gut gemacht. Jetzt bin ich da. Siehst du das? Absolutes Chaos. So alles Dachmüffnet. Nee, das dann. Dort kannst du raus. Ich muss nur gucken, wie ich da hochkomme, ne? Hier so klettern, geht das? Oh, du schaffst, wirklich zu funktionieren. Oh! Jetzt bin ich wieder runtergefallen. Wo komme ich hier irgendwie rein? Kann ich fliegen? Oh, das wär's. Ich glaube nicht. Wie komme ich denn hier raus? Da. Ah, okay. Es hat funktioniert. Sehr gute Arbeit, B. Okay, was jetzt? Jetzt ziehen wir uns in den Schatten zurück. Üben uns in Geduld. Ich melde mich vor der Parade bei dir. Bis dahin, halt dich bloß von erde fern. Okay, schön. Als hätte ich nicht schon genug. Ist verschlossen. Ja, sehr cool. Hätte ich nicht gedacht, dass das so beim ersten Mal funktioniert. Hätte ich wirklich nicht mitgerechnet. Hätte ich nicht. Nice.